So meine Freunde und da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge Wolfenstein. In der letzten Folge hat uns die schöne Omi da drüben, also nicht die hier, die ist natürlich keine Omi. Hinten im Amandababteil uns eine Schweineangst eingejagt, wobei eigentlich weniger. Die war halt psychopathisch drauf. Oh mein Gott. Ich hatte euch das glaube ich schon lesen lassen, ansonsten habt ihr jetzt hier nochmal die Chance. Und ansonsten quatsch ich jetzt mal mit ihr, gucken was so geht. Ja, das glaubst gar nicht, was das für eine Arbeit gekostet hat, den zu holen. Geh mal von der Tür bitte weg. Oh, das ist kein Problem. Ja. Du schläfst auf dem Boden. Ist kein Ding. Würden sie es mit mir teilen? Also wenn du mich so fragst... Aha. Also so geht das mit dem Bienchen und dem Blümchen, ne? Was gut das? Guten Morgen, für die Leute. Unter nächster Welt ist weg. Dort haben wir den Exakt zwei Stunden aufgeteilt, bevor wir in Richtung Sackler weiterreisen. Unsere entnötigen Reisendinge. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wie wir ins Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel, nah bei der Zentrale der Geheimpolizei. Was da? Jeder kennt sie. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie sie zurück nach Eisenwald. Was ist das? Terroristischer Angriff auf Grenzposten. Komm schnell! Was? Wo denn? Wo denn? Wer denn? Was denn? Warum? Wieso? Ich muss noch gucken hier. Hier gibt es nämlich noch was zum Lesen. Häftling von Panzerho... Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Naja. Ja ist ja gut. Krieg ich wieder ein. What geht? Wie machst du das? Wählt es ein bisschen mit deiner Moschee rum, oder? What da? Da müssen wir hin. Da müssen wir rein. Da kommen wir direkt zum Chef. Na, erstmal die Finger matschen. Schleiche dich zum Transport. Blablabla. Waffen abgelehnt. Was haben wir denn eigentlich hier eigentlich? Vorteile? Da haben wir ja noch nichts von Geschrei gescheitert, oder? Ja. Das wäre doch leider mal so wenig freigeschaltet. Aber ich stürme auch immer so durch die Level durch. Könnte vielleicht da rein liegen. Ja, ja. Hm. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr ehrte Bürger von Berlin. Heute ist Sturm. Heute ist Sturm. Heute ist ein wunderschöner Morgen. Heute ist ein wunderschöner Morgen. Ein neuer herrlicher Tag in unserer herrlichen Aufstatt. Ein Reder von Ihnen hat Großes für die Heimat zu erleben. Was geht hier ab? Oh, wäre da unheimlich schön viel hier zu lesen. Äh. Ich möchte Sie daran erinnern, liebe Volkera. Wenn Sie mit Ihrem Tag gleich beginnen. Bata Helmut. Achso. Entschuldigung. Ein bisschen schneller, aber. Hm. Ich habe gerade Pikachu gelesen. WTF. Oh Gott, was für ein Text. Ja. Ich hoffe, das hat euch gereicht. Das müsst ihr einfach mal Pause machen, wenn ihr das lesen wollt. Äh. Ich bin wirklich nicht so die Leserratte, also tut mir leid. Und als Teil Hermanniens sind sie Teil des Reichs, der 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 Bundesrat und Polens. Die Lieder und die Lieder und die Beläufe liegeln. Die Germanen passen Sprecher und streben nach Perfecetion. Die Germanen sind wir bei... Hacken. Oh. 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 Laserschneid, achso. Oh, ne Batterie wertlos, ja, wenn wir jetzt die Batterie natürlich finden, dann wäre natürlich Opti-Mopti, ja. Nehmen wir einfach die, fällt ja überhaupt nicht auf, wenn jetzt hier so einfach, was die Batterie ist leer, muss neu aufgeladen werden. Oktoberfest, das gibt's selbst da noch. Jutiii. Achso, das muss ich dann jetzt mal machen, ne. Was haben wir denn hier, den, sie, was, werden sie Mondsoldat. Oh. Benutze den Laserschneidner Mäuse, halte zum schneiden Maus 1 gedrückt. Was? Tschüss. Ausladen. Ich möchte das aber noch einmal aufladen, weil den brauch ich bestimmt nachher nochmal. Ja, ich weiß, das ist jetzt unnötig, aber ich müsste wissen, was es hier eventuell noch geben könnte, weil ich vielleicht looten kann. Nichts. Oh. Hätte ja sein können. Oh. Äh. Hätte ja sein können. Äh. Nix. Aber da ist was. So, wir laden das Ding aber nochmal auf. Da brauchen wir nämlich bestimmt, wie ich ja schon vermutet habe, des öfteren mal. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Was? Nö, ist alles gut. Bin ich da. Nö, 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 nö. Dieses Rechenzentrum hier. Achtung, Lebensgefahr. Oh, Lupen. Mach mal nicht so'n Lärm hier. Ich muss leise sein. Warum ist nun die Wurz? Was? Müller, ich habe die Wiesenauggefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich gehe zu Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Eine Buskanzung von Einfaffen. Müller, Müller, antwarten Sie! Verpflichtet Sie! Dank Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecknen Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksach. Sie sind einem Schande für die ganze Operation. Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegenverstanden. Ich glaube Müller dürfte das mittlerweile recht wenig interessieren, denn Müller ist ja in Stücke geschnitten. Können wir eigentlich das durchstellen? Nein. Die Kameras sehen uns überhaupt gar nicht. Diese nicht, was? Lese nicht die Lügen des Feindes. Verdächtiges Verhalten, melde es sofort. 075 139 139 Instagram Instagram Facebook Instagram Facebook Twitter Twitter Facebook Twitter The Twitter Nein! Ja, ich komm gleich, ich komm gleich, ich muss wieder nach... Nein! So eine Scheiße, ich will ja wieder rein, da lang... Vorwärts! Hey du! Längst schritte! Vorwärts! Glaubst du, du kannst hier voll ins? Da klickst, komm schon! Du dreckst, los, los, los! Los! Na, los! Franz, komm schon, lass uns gehen! Geradeaus, dann rechts! Ohne Scheiße! Äh... Stein... Beton... Meilenweit... Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das ich zu retten lohnt? Verzweiflung... Tyrannei... Ein endlos mächtiger Feind... Ob meine alten Kameraden noch am Leben sind? Vorsicht! Eventuell... Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein... Und ich verspreche euch... Los, 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 treckiges Pack! Freunde... Wenn sie euch hier festhalten... Werde ich euch finden... Und befreien... ...dach rein... Hm... Da sieht's schlecht aus... Es ist wohl sicherer, unbewerkt auf dem Dach weiter zu gehen... Ja... Freunde... Dann würde ich aber sagen... Das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge... Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend noch... Oder einen schönen Morgen... Oder wann auch immer die Folge guckt... Dran bleiben, nicht vergessen... Tschüüüüüüüss... Untertitelung des ZDF, 2020